Was kann man eigentlich tun, wenn man in seinem Persönlichkeitsrecht verletzt wurde? Egal ob Privatperson oder Unternehmer, man hat unterschiedliche Ansprüche und welche das sind, das erfahrt ihr gleich in diesem Video. Hallo und guten Tag, mein Name ist David Gessner, ich bin Rechtsanwalt und Fachanwalt für Medienrecht aus Berlin und gemeinsam mit meinem spezialisierten Team aus qualifizierten Fachanwälten für Medienrecht vertrete ich bundesweit seit vielen Jahren Privatpersonen, Unternehmen, Verbände, Vereine, Personen des öffentlichen Lebens, Politiker und Sportler bei Persönlichkeitsrechtsverletzungen. Zunächst ist zu klären, was ist denn eigentlich das allgemeine Persönlichkeitsrecht oder das Persönlichkeitsrecht als solches. Jeder von euch hat es sicherlich schon mal gehört, Persönlichkeitsrecht, aber woraus ergibt es sich? Wo ist es eigentlich geregelt und was umfasst das Persönlichkeitsrecht eigentlich? Das allgemeine Persönlichkeitsrecht ist tatsächlich nirgends legal definiert, das heißt man findet es nirgends in irgendeiner Vorschrift, sondern es ergibt sich aus dem Grundgesetz, genauer aus Artikel 2 Absatz 1 und 1 Absatz 1 Grundgesetz, nämlich aus der Menschenwürde in Artikel 1 und aus der freien Entfaltung der Persönlichkeit aus Artikel 2, wenn es jetzt um natürliche Personen geht, um Privatpersonen, wenn es um das Unternehmenspersönlichkeitsrecht, also das Persönlichkeitsrecht von Unternehmen geht, von juristischen Personen geht, da leitet es sich aus Artikel 19 Absatz 3 in Verbindung mit Artikel 2 Absatz 1 ab, denn naturgemäß können natürliche juristische Personen, Unternehmen keine Menschenwürde haben, sie haben auch keine Intimsphäre oder Privatsphäre und deshalb ergibt es sich eben nur aus Artikel 2 und aus Artikel 3 Grundgesetz, wo eben darauf verwiesen wird, wenn ihrer Wesensart die Grundrechte eben auch auf juristische Personen anwendbar sind, dann kann es eben auch für diese gelten. Aber was ist eigentlich das Persönlichkeitsrecht? Das Persönlichkeitsrecht ist ein absolut geschütztes Recht, welches dazu dient, die Achtung und die freie Entfaltung der Persönlichkeit von natürlichen Personen, aber auch von Unternehmen zu schützen. Vom Persönlichkeitsrecht umfasst sind unter anderem das Recht der persönlichen Ehre, das Recht auf informationelle Selbstbestimmung, Schutz vor Unterschieden von Äußerungen, Recht am geschriebenen Wort, das Recht am gesprochenen Wort, Recht am eigenen Bild, Recht am eigenen Namen, Schutz der privaten Lebensgestaltung, Persönlichkeitsrecht juristischer Personen, wie ich eben sagte und sogar das postmortale Persönlichkeitsrecht von verstorbenen Personen, wobei man sagen muss, dass das postmortale Persönlichkeitsrecht enge Grenzen hat, das heißt auch nicht über viele Dekaden hinweg gegeben wird den verstorbenen Personen und auch eben nur bei besonders schwerwiegenden Persönlichkeitsrechtsverletzungen in Betracht kommt. Wie ich gerade schon gesagt habe, können von Persönlichkeitsrechtsverletzungen auf der einen Seite natürliche Personen, also Privatpersonen betroffen sein, aber eben auch Unternehmen als juristische Personen. Das heißt, es gibt eben auch ein Unternehmenspersönlichkeitsrecht. Es gab viele Jahre in der Literatur und Rechtsprechung Streit darüber, ob es eben ein Unternehmenspersönlichkeitsrecht geben kann. Das ist aber durchentschieden, sodass das zu bejahen ist. Das Unternehmenspersönlichkeitsrecht schützt den sozialen Geltungs- und Achtungsbereich eines Unternehmens, insbesondere vor rufschädigenden Äußerungen. Zu beachten ist jedoch, dass das allgemeine Persönlichkeitsrecht nicht schrankenlos ist. Das heißt, Rechte Dritter und Gesetze müssen eben auch beachtet werden. Und gerade wenn es um Rechte Dritter geht oder auch Grundrechte, kommt man immer zu einer Abwägung beim Persönlichkeitsrecht. Das heißt, wenn ein Persönlichkeitsrecht durch Äußerungen zum Beispiel beeinträchtigt ist, muss es nicht immer gleich eine Rechtsverletzung sein. Man wägt also ab, zum Beispiel zwischen dem Persönlichkeitsrecht klassischerweise mit der Meinungsfreiheit oder Kunstfreiheit auf der anderen Seite oder auch Pressefreiheit. Das heißt, gerade wenn Medienberichten und Äußerungen über Unternehmen oder Privatpersonen verbreiten, dann hat man nicht gleich eine Persönlichkeitsrechtsverletzung, nur weil vielleicht die Privatsphäre beeinträchtigt ist und es einen Eingriff gibt, sondern es muss eben rechtswidrig sein. Und das muss man positiv durch eine umfassende Interessenabwägung feststellen. Insbesondere, wenn es um Äußerungen geht und das Persönlichkeitsrecht kommt vor allen Dingen ins Spiel, neben natürlich der Verletzung des Rechts am eigenen Bild. Wenn Äußerungen über jemanden getätigt werden, in Form von Meinungsäußerungen oder Tatsachenbehauptungen, dann muss man immer zuerst abgrenzen, ist es denn eine Tatsachenbehauptung, wo Äußerungen dem Beweis zugänglich sind. Das heißt, die Dinge, die geäußert wurden, können wahr oder unwahr sein. Oder handelt es sich um eine Meinungsäußerung. Das heißt, diese ist geprägt durch das subjektive Dafürhalten, ist eine reine Wertung und oft sind es Mischkonstellationen zwischen Tatsachen und Meinungen. Und hier muss man genau schauen, wo ist denn der Schwerpunkt, was ist der Kern der Aussage und demnach beurteilt sich auch, ob diese Äußerungen rechtswidrig sind und gegen das Persönlichkeitsrecht, egal ob von Privatpersonen oder von Unternehmen, verstoßen. Kommen wir jetzt zu der Frage, welche Ansprüche man hat, wenn man in seinem allgemeinen Persönlichkeitsrecht oder seinem Unternehmenspersönlichkeitsrecht verletzt wurde. So gibt es unterschiedliche Ansprüche gegen Persönlichkeitsrechtsverletzungen vorzugehen unter anderem Unterlassungsansprüche, Berichtigungsansprüche, also auf Widerruf, Richtigstellung gegen Medien zum Beispiel, wenn sie unwahre oder unverständige Dinge äußern, Geldentschädigungs- und Schadensersatzansprüche, Geldentschädigungen, dann wenn es um schwerwiegende Persönlichkeitsrechtsverletzungen geht, zum Beispiel unzulässige Verdachtsberichterstattung im Kontext mit Vorwürfen des sexuellen Missbrauchs oder schwere Betrugsstraftaten zum Beispiel durch die Medien, aber auch natürlich durch andere Personen in Foren oder in Blogbeiträgen. Da muss man immer ganz genau schauen, ist es denn überhaupt schwerwiegend, dann kann man Vernichtungsansprüche geltend machen oder Herausgabeansprüche, wenn es um Bildmaterial geht und mein Recht am eigenen Bild verletzt ist. Der Unterlassungsanspruch als der wichtigste Anspruch im Äußerungsrecht und Medienrecht ist dafür da, mittels Abmahnung den Verletzer dazu aufzufordern oder eben auch den Verbreiter von Äußerungen, der sich Inhalte zu eigen macht. Das passiert auch öfter mal, dass sich Medien oder andere Personen Äußerungen dritter, auch Gerüchte zu eigen machen und diese verbreiten in rechtswidriger Hinsicht und dann genauso wie der eigentliche Täter, der es behauptet hat, haften. Und mit dieser Abmahnung verlangt man dann, dass die Abgabe einer strafbewehrten Unterlassungserklärung getätigt wird und man sich verpflichtet, zukünftig diese Äußerungen, die hier angegriffen werden, in dieser Form oder so ähnlich nicht nochmal zu wiederholen. Und wenn diese Unterlassungserklärung nicht abgegeben wird, dann erwirkt man eine einstweilige Verfügung vor dem zuständigen Landgericht und holt sich eben auch gerichtliche Hilfe. Und wenn Äußerungen drohen erstmalig, das heißt, jemand droht an, Äußerungen zu verbreiten und meinem Ruf zu schaden, dann kann ich auch eine vorbeugende Unterlassungserklärung verlangen und auf diese Weise verhindern, dass überhaupt ein Rechtsverstoß getätigt wird. Sind Inhalte unwahr, egal ob Medien oder Dritte im Social Media Bereich, die Sachen über euch behauptet haben, dann habe ich zusätzlich, wenn ich beweisen kann, dass die Dinge unwahr sind, auch einen Berichtigungsanspruch, einen Widerrufsanspruch oder einen Richtigstellungsanspruch, wenn es unverständlich ist. Ich habe den Anspruch, auch eine Gegendarstellung in einer Zeitung zu platzieren. Hier kann ich aber mich nur gegen unwahre Tatsachenbehauptungen wehren, nicht gegen Meinungsäußerungen. Und beim Gegendarstellungsanspruch muss man ganz genau aufpassen, dass die Gegendarstellung formell wirksam ist. Das heißt, dort dürfen keine Meinungsäußerungen drin sein, die muss unterzeichnet sein, die Erstmitteilung muss drin sein. Auch da braucht man eben einen Spezialisten für Medienrecht, damit man auch die Zuleitungsfristen, die meistens 10 bis 14 Tage betragen, das heißt, dass ich dem Medium, dem Verlag oder Redakteur die Gegendarstellung zuleite, dass diese Fristen nicht versäumt werden. Sonst kann ich später eben auch gerichtlich nichts mehr dagegen tun. Bei Schadensersatzansprüchen ist es wichtig, dass ich zum einen einen finanziellen, wirtschaftlichen Schaden nachweisen kann. Also nicht nur sage, ich wurde in meinem Ruf beschädigt, was natürlich evident ist durch Medienberichterstattung oder auch durch Bewertungen. Das heißt, Persönlichkeitsrechtsverletzungen gerade von Unternehmen können ja auch im Bereich der Google-Bewertung oder anderen Bewertungen stattfinden. Und hier ist natürlich mein Ruf beschädigt evident durch diese massiv rufschädigende Bewertung. Aber ich muss eben nachweisen, dass ein Schaden entweder aufgrund der Medienberichterstattung, der Bewertung oder anderer Äußerungen Dritter entstanden ist und muss auch nachweisen, dass mir genau aufgrund dieser Dinge der Schaden entstanden ist. Also zwei Hürden. Einmal der finanzielle, wirtschaftliche Schaden, nicht also einfach ein Rufschaden, was eigentlich schade ist. Denn Rufschäden gehen immer mit so einer Medienberichterstattung oder mit Persönlichkeitsrechtsverletzungen einher. Und zweitens eben die zweite Hürde, dass ich die Kausalität nachweisen muss zwischen dem entstandenen Schaden und der angegriffenen Äußerung. Wie setze ich meine Ansprüche durch? Das heißt, wir haben gesehen, es gibt eine Persönlichkeitsrechtsverletzung. Man hat gesehen, ich habe Ansprüche. Aber was mache ich jetzt genau, wenn ich von einer Persönlichkeitsrechtsverletzung betroffen bin? Am besten geht man zu einem spezialisierten Anwalt, der auf Persönlichkeitsrechte, auf Äußerungsrechte, auf Recht am eigenen Bild, Medienrecht spezialisiert ist, der euch genau sagt, pass auf, sichert die Beweise. Wir müssen erst mal schauen, haben wir denn überhaupt Beweise? Was können wir denn hier tun? Sind wir noch innerhalb der Fristen? Aber als erstes wird man wohl eine Abmahnung versenden an den Verletzer, wenn ich denn weiß, wer es war. Man hat natürlich auch den Fall, dass es Persönlichkeitsrechtsverletzungen im Internet gibt, wo Leute anonym agieren, egal ob in Foren, in Form von Bewertungen, auf anderen Portalen, Social Media Bereich. Da muss ich natürlich gegen den Provider vorgehen. Das heißt, Google auffordern zur Löschung und mitteilen, dass die Rechtsverletzungen ganz offensichtlich sind und man das hier löschen muss. Dann muss der Provider den Verletzer bzw. den Bewertenden in dem Fall auffordern, hier Stellung zu nehmen und dann habe ich nochmal die Möglichkeit, auf die etwaige Stellungnahme des Bewertenden, wenn wir jetzt beim Thema Bewertungen sind, nochmal Stellung zu nehmen und der Provider muss dann entscheiden, ob das Ganze gelöscht wird. Und wenn sich jetzt im Fall von Bewertungen der Bewertenden nicht zurückmeldet, dann muss Google die Rechtsverletzung als gegeben ansehen und die Bewertung eben auch löschen. Und wenn ich jetzt im Social Media Bereich bin, dann kann ich natürlich Facebook, die ja auch verantwortlich für Instagram sind oder Google, wenn es um YouTube geht, auffordern, die Inhalte zu löschen und je nachdem, ob es sich um rechtsverletzende Inhalte handelt, wird der Provider, also Google oder Facebook, das eben auch tun. Wenn es sich um Verleumdungen handelt, üble Nachrede, Beleidigungen handelt und ich habe zum Beispiel einen Facebook-Eintrag, gegen den ich vorgehen möchte, aber ich möchte nicht nur, dass er gelöscht wird, sondern ich möchte auch gegen den dahinterstehenden Täter vorgehen, dann habe ich unter anderem auch noch einen gerichtlich durchsetzbaren Auskunftsanspruch gegen den Provider, dass der dann eben auch die Bestandsdaten mitteilt von dem Täter und wenn man Glück hat, hat dieser eben die IP-Adresse so offen gehalten, dass ich da eben gut rankomme oder ich kann auch Strafantrag stellen, wenn es sich um üble Nachrede oder Verleumdungen, Beleidigungen handelt und je nachdem, wie schwerwiegend die Äußerungen sind, wird die Staatsanwaltschaft, die Polizei hier auch ermitteln und versuchen, den dahinterstehenden Täter zu ermitteln. Bin ich mit meiner Abmahnung nicht erfolgreich gewesen, das heißt, ich habe den Täter bereits und habe ihn aufgefordert, eine Unterlassungserklärung abzugeben, Schadensersatz zu zahlen, Geldentschädigung, die eigenen Anwaltskosten zu erstatten und er hat nicht reagiert oder unangemessen reagiert und die Ansprüche nicht erfüllt, dann kann ich im Wege des einstweiligen Verfügungsverfahrens die Unterlassungsansprüche geltend machen. Die Fristen sind auch relativ kurz, ab Kenntnis der Rechtsverletzung hat man in der Regel bei den meisten Gerichten nur einen Monat Zeit, den Antrag auf Verlass einer einstweiligen Verfügung zu stellen. Manchmal sind es auch sechs Wochen. Man sollte aber sicher gehen und lieber die Monatsfrist wahren, auch wenn es keine starre Frist ist. Ansonsten wird man nur noch auf den Klageweg zu verweisen sein, wo man dann selbstverständlich seine Unterlassungsansprüche auch noch geltend machen kann. Bezüglich der Berichtigungs- und Schadensersatz- oder Geldentschädigungsansprüche ist es wichtig zu wissen, dass diese im einstweiligen Verfügungsverfahren nicht geltend gemacht werden können. Dafür bleibt das Klageverfahren vorbehalten, denn das einstweilige Verfügungsverfahren ist ein Eilverfahren und die Hauptsache soll nicht vorweggenommen werden durch nicht umkehrbare Beschlüsse. Zuletzt sollte man noch wissen, dass der Anspruch auf Unterlassung oder andere Ansprüche wegen einer Persönlichkeitsrechtsverletzung nicht abtretbar sind, denn es ist so, dass das Persönlichkeitsrecht höchstpersönlich ist. Es ist also eng an den Inhaber des Rechts gekoppelt. Ich kann also nicht für jemand anderen, wie bei Schadensersatzansprüchen, wegen anderer Dinge, zum Beispiel bei Zahlungsklagen kann ich nicht sagen, ich trete mal den Anspruch auf Zahlung von 12.000 Euro ab und klag du das mal für mich ein. Das ist höchstpersönlich. Ich muss das also selber machen. Wenn also mehrere Personen betroffen sind, müssen sie ihre Rechte selbst für sich wahrnehmen. Ihr habt also gesehen, wenn ihr in eurem Persönlichkeitsrecht verletzt wurdet, egal ob Privatperson oder Unternehmen, ihr habt unterschiedliche Möglichkeiten, entweder gegen den Verletzer selbst vorzugehen oder gegen den Provider, wenn der Täter anonym ist und ihr unbedingt möchtet, dass Inhalte gelöscht werden. Ihr könnt auch strafrechtlich vorgehen und versuchen, durch Strafanzeige, Strafantrag in äußerungsrechtlicher Hinsicht wegen Verleumdung übler Nachrede zum Erfolg zu kommen und darüber auch den Täter zu ermitteln. Und wenn ihr selbst eine Abmahnung erhalten habt wegen einer vermeintlichen Persönlichkeitsrechtsverletzung, dann geht zum Anwalt, prüft die Abmahnung erst einmal und unterzeichnet nicht sofort die Unterlassungserklärung. Es ist immer das Problem, wenn man die zu schnell unterzeichnet und dann Inhalte im Netz noch zu finden sind oder auf der eigenen Website vielleicht und man es nicht geschafft hat, die Inhalte schnell zu beseitigen, dass man in teure Vertragsstrafen läuft. Es lohnt sich also in jedem Fall immer einen auf das Medienrecht spezialisierten Fachanwalt zu beauftragen mit der Prüfung und mit dem späteren Tätigwerden. Wir sind auf das Medienrecht spezialisiert und sind bundesweit für euch da. Ihr erreicht uns über unsere Website www.rechtsanwalt-gerstner-berlin.de. Dort findet ihr ein Kontaktformular, unsere E-Mail-Adresse oder auch die Telefonnummer. Ihr könnt uns jederzeit anrufen und auch am Wochenende sind wir erreichbar für euch, wenn es dringend wird. Etwa wenn ihr eine Presseanfrage von den Medien erhalten habt mit kurzen Fristen oder eine Berichterstattung bereits öffentlich wurde und ihr schnell dagegen vorgehen wollt. Wir sind auch am Wochenende per E-Mail für euch zu erreichen. Wenn euch dieses Video gefallen hat oder sogar weitergeholfen hat, dann abonniert doch gern unseren Kanal, liked, kommentiert und führt auch gern eine Diskussion. Ich beantworte auch gern eure Fragen und aktiviert die Glocke, dann werdet ihr auch künftig keine Videos von mir zu spannenden medienrechtlichen Themen verpassen. Bis bald.